Das Meer war für mich schon immer Landschaftsform Nummer 1. Da sitzt du und immerzu kommen Wellen auf dich zu. Wo kommen die eigentlich die ganze Zeit her? Ich war ja als Kind immer nur an der Ostsee. Es wäre herrlich, mal noch mehr Meer zu sehen. Ja, geradezu fast nur Meer zu sehen. Himmel und dann Schnee. So viel Schnee, dass da ans Streuen gar nicht zu denken ist. Einfach mal lange Zeit ganz wenig sehen. Ich mag am Schreiben das weiße Blatt auch viel lieber als das, was ich dann raufschmiere. So ähnlich kann sich das Gott auch gedacht haben bei der Arktis. Ach, lass ich mal weiß. Einfach mal schlicht so Bauhausmäßig.